Kann man vom Pferd aus schießen? Ja, sicher. Wusste ich gar nicht. Strickmamsel, wo bist du jetzt? Oh Gott. Du hast ja gebrannt. Ja. Ich habe aus Versehen mein Pferd angeschossen. Oh. Nicht aufgepasst. Lass uns mal hier stehen bleiben und auf die anderen warten. Ja, bist du besser. Also seid ihr aus dem Dschungel raus, ja? Wir sind aus dem Dschungel raus und sind da, wo der Baum gebrannt hat. Weißt du? Da, wo du Wasser auf die Lava geschüttet hast. Also das war eigentlich schon riesig. Ich habe hier an einer Akazie drei Fackeln dran gemacht. Ich glaube, dass ich ganz mal rauskommen werde. Oh, zwei Hexen hier. Wieso treffe ich dich nicht, du dumme Hexe? Hier ist ein, ist ein Tüppel. Jetzt versuche erstmal hier zu uns rüber zu kommen. Wir sind nämlich jetzt schon zu dritt. Ach, du Papagei machst das und ich denke, wo ist der kleine Zombie? Ja, ne? Sag dir das, diese blöden Papageien. Und? Schaffst du es zu uns rüber zu kommen? Kein blassener Schimmer. Wo bist du denn überhaupt? Dann könnte ich das Pferd an eine Leine nehmen und hier durchjagen. Ja, wo bist du denn überhaupt? Im Dschungel. Immer noch. Dafür finde ich hier ganz tolle Sachen, die ich alle nicht mitnehme gar nicht. Okay, jetzt habe ich mich voran. Bin ich denn überhaupt nicht in die richtige Richtung gelaufen? Wahrscheinlich nicht. So, ne, gib mal Koadis. Ah, minus 6429. Ja, ich traine in die richtige Richtung. Ja, auf Pferd. Ach ja, Pferdchen. Entschuldigung, habe ich dich schon wieder geschossen. Da liegt Zucker. Und hier sind überall Zombies und alles Mögliche. Spinnen. Spinnen. Ganz viele Spinnen. Und Papageien, die so tun, als wären sie Zombies. Z-Koordinate ist 429. Hier ist auch nirgends von durchkommen, ey. Schrecklich, ne? Ich hasse den Dschungel auch. Dschungeln mit Pferd ist echt ätzend. Wow, wow, wow. Mein Pferd, lass es am Leben, du blöder Creeper. Na, es wird ja Gott sei Dank schon wieder hell. Ganz ruhig, Pferdchen. Ganz ruhig. Ja, aber das Doofe, wenn es hell wird, dann sieht Liri die Fackel nicht. Ja, Liri kann sich auch nach Koordinaten bewegen. Oh, ich kann das Leder nicht mehr aufheben. Hier liegt Lederplatti. Ich komm. Hier vorne. Hey, deine Papageien sind der Oberbörner. Einer macht einen kleinen, der anderen einen großen nach. Oh, Mann. Und Spinne. Eine Spinne. Nee, nee, nee. Oh, wie schön. Aber Liri, ich kann dich beruhigen. Ich habe gerade am Fernsehen nachgeguckt. Es gibt für diese Region keine Unwetterwarnung. Gott sei Dank. Na, mein Horte, Max? Oh, das gibt's doch alle gar nicht. Wo befindest du dich denn gerade? 6629. Oh, da musst du zu 6432. Ja. 200 Blöcke. Wieder zurück. Ja, ich bin immer noch im Dschungel. Hahaha. Sag mal, Sonja, mag Daniel eigentlich Spargel? Natürlich. Wer mag Spargel? Daniel. Ach, Daniel. Wir müssen durch noch einen Dschungel, ne? Das ist ja nicht der einzige Dschungel, oder? Oh, ich freue mich jetzt schon. Ach. Wir können ja auch mal versuchen, ob wir da drumherum reiten können. Da müsste ja auf der einen Seite vom Dschungel fängt doch auch die Skibirge an, oder? Hm. Kann man eigentlich den Zost füttern, damit der wieder alle Herzchen hat? Ja. Womit denn? Mit der Möhre? Mit, äh, goldenen Äpfeln war es, glaube ich? Oder mit normalen Äpfeln? Oder mit allem, was er halt frisst. Ich glaube, Weizen kann er, kann er auch fressen. Oh, wenn ich sogar ins Inventar gehe, sehe ich die beiden Papageien auf meiner Schulter. Das ist ja süß. Hahaha. Ich sehe meinen Hottemax. Ich würde dir gerne ein Stück Kürbiskuchen geben. Vielleicht geht's dir dann ein bisschen besser. Aber dir fehlt ja nur ein Herzchen. Kann man irgendwo dran die Geschwindigkeit, die so ein Pferd hat, äh, äh, erkennen? Ich glaube nicht. Lasst meinen Hottehü in Ruhe, ihr blöden Papageien. Die sitzen jetzt hier in Ruhe. 400 war Zett, ne? 428. Soll ich dir entgegenkommen? Ach, das bringt gerade nichts. Ich bin beim Tempel. Sollst du die jetzt nicht erst ausräumen? Nein, nein, das ist ein Sandtempel. Da ist die Steppe. Ja, ich würde sagen, ihr kommt jetzt mal... Ich habe durch eure Akazien-Ebene, glaube ich, schon durchschritten und bin in der Wüste. Ich war aber im Dschungel, also ich bin durch den Dschungel in die Wüste gekommen. Und dann bist du doch in die falsche Richtung gelaufen, oder nicht? Na, ich bin minus 6840 zu 442. Okay, Strickmama, folge uns. Ja. Wie war die Z-Koordinate? 442. Dann musst du noch ein Stück uns entgegenkommen. Da ist die Höhle, wo wir eben reingegangen sind, ne? Ja, ja. Wie ist eure? Unsere... Wir müssen... 504 haben wir jetzt. Das sind die Koordinaten, wo wir hin müssen. Das sind die Koordinaten, wo wir hin müssen. Also mit 6800 bist du viel zu weit hinter uns. Wie sagst du auch, die ist wieder zurück in die Wüste gegangen. Jetzt musst du leider nochmal durch den Dschungel. Irgendwie ist das Banane. Oder wir laufen einfach schon mal dahin und du teleportierst dich dann einfach. Das geht ja nicht, dann hast du ja kein Pferd. Ja. Ihr reitet euren Weg und ich mach hier. Aber bestimmt nicht nochmal durch den Dschungel dadurch. Okay, dann versuch's. Machen wir das so. Kati, reiht vor. Wo wir hin müssen. Gogo, kommst du? Ich bin dabei. Aber wir haben ja drei Pferde, die können wir ja vermehren. Dann hat Miri auch wieder ein Pferd. Ja, klar. Hier im Dschungel musst du jetzt ein bisschen auf uns warten, Platin. Genau, langsam. Weil sonst verlieren wir uns auch wieder. Stopp, Mädels. Ich... Jetzt... Komm, Pferd. Du schaffst das. Spring. Spring. Sehr gut. Okay. Wow. Sind das deine Papageien, die da diese Geräusche von sich geben? Moment. Ich komm da nicht hoch. Ich muss mal eben um den Baum herum. Super. Da bin ich wieder. Oh, oh. Vorsicht. Stallbeck ab. Können wir hier vielleicht unten drunter irgendwo her? Am besten ist, wenn ihr eben einmal über die Baumkronen springt. Ja, hab ich. Wow. Oh, ich hasse das. Ich hasse den Dschungel. Okay. Da ist ein Skelett. Da war ein Skelett. Oh, toll. Pferdchen. Pferdchen. Rüber da. Rüber. Rüber, Pferdchen. Rüber. Na, komm schon. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Rüber da. Mach, mach hinne. Du schaffst das, Pferdchen. Du kommst wieder an Land. Los. Geh doch. Nicht wieder zurück ins Wasser. Puh. Supi. Hier ist ja immer noch Dschungel. Ach. Och. Hast du dein Pferd schon wieder angeschossen? Ja, ich bin auch zu dämlich. Pack den Bogen aus der Hand. Genau. Nimm den Bogen einfach weg. Ja, hab ich ja gemacht jetzt. Sonst ist dein Pferd bald tot, wenn du da ankommst. Ja. Das kriegst gleich erst mal ordentlich viel Stroh. Kann das sein, dass das schon der heimatliche Wald ist? Das könnte sein, ja. Wir sind da. Wir sind da. Strick, Mama. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jawohl. Gott sei Dank. Sehr schön. So, Zossen. Dann. Dankeschön, dass du mich so schön durch den Dschungel gebracht hast. Mein Zossen soll sich jetzt Rüjo noch ein bisschen austoben können. Nicht sofort in die Box, das arme Tier. Die Sattel lasst ihr drauf? Ja. Ich glaube, da ist noch eine Rüstung. Die könnte ich mir wohl holen. Da sind auch, glaube ich, zwei Rüstungen. Eine Diamantne und... Von der willst du die Goldene? Nö. Sehr schön, Pferdchen. Das ist alles an Rüstung? An den Ohren und an den Augen ein bisschen? Das ist ja nicht wahr, oder? Wir sind wieder zu Hause. So ist es. So ist es. Das war ja mal ein Ausschluck. Eben Schluckchen trinken. Wahnsinn. Habe ich euch schon gesagt, wie froh ich bin, dass ich jetzt einen Soda-Stream habe? Ja, hast du öfters. Ja, hast du öfters. Kann man gar nicht oft genug sagen. Du darfst dich auch gerne wiederholen, also. So, Zossen. Ich brauche ein Namensschild. Was wird's denn? Ja, wer bist denn du? Ich hätte direkt vor dem Laden haben sollen. Dann hätte ich diesen Weg auch gefunden. Habt ihr... Ach, da bist sie ja. Hallo. Yay, 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 yay. Hast du denn auch dein Pferdchen dabei? Ja, sicher. Das steht auch da. Ha, ha, ha. Sehr schick. So, jetzt gehe ich hin und rum mit meinem Namensschild. Ich glaube, ich auch. Wie nenne ich... Wie nenne ich meinen Zossen denn mal? Ihr seht ein Mensch oder ein Weibchen? Meins ist ein Weibchen. Was auch immer. Es ist ein S. Wo sind denn die Namensschilder? Und der Monster-Loot? S, dann ist es ein Robin. Mit den Namensschildern muss man zum Dings, ne? Zum Amboss. Genau. Und dann? Dann steht da Namensschild. Da musst du das wegklicken und da musst du den Namen da drauf machen. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich ihn mal nenne. Ich aber. Und dann nehme ich mir das Schild einfach noch. Genau. So. Und wie packe ich das Namensschild an das Pferd? Welches war's denn jetzt? Hier? Bist du mein Pferd? Oder bist du mein Pferd? Oh, nein. Das wollte ich nicht. Rechtsklick. Rechtsklick. Auf das Pferd. Und dann? Da. Nee, das geht... Oh, Pferd, geh aus mir raus. Also, ich geh in die Knie, ja? Nein. Nein, du brauchst nicht auf die Knie gehen. Ah. Das Namensschild in die Hand nehmen und... Fertig. Und rechtsklick drauf. Wie heißt der? Figoletta. Möchtest du auch ein Namensschild haben, Sonja, für deins? Nö. Hat sie doch schon. Ach, hat sie schon. Wie heißt der denn? Batman. Dafür müsste es schwarz sein. Siri, was ist mit dir? Mein Pferd ist ein Pferd. Flocke. Und wenn, dann Robin. Aber nö. Darum also Batman. Haha. Nee. Sehr schön. Ja, dann haben wir es ja geschafft, was wir eigentlich schaffen wollten, ha? Ganz genau. Wir haben nur keine Eselze. Das machen wir dann bei einem anderen Mal, auf Eselssuche zu gehen. Jetzt müssen wir nur noch den Steller richtig fertig machen. Dann kommt mir doch mal hinterher, wenn ihr nicht mehr wisst, wo lang. Hatten wir schon welche gefunden? Ich glaube, ich finde das noch. Hatten wir schon Esel gefunden, oder was? Nö. Ich glaube, nach der Anstrengung werde ich jetzt erstmal ein ganz klein wenig mein Inventar leeren. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Oh ja, das mache ich auch. Wo können wir das, den Sand reinpacken? Gibt es da schon irgendwas? Nee, noch. Natürlich. Wo denn? Sand und Glas müsste das heißen. Da. Gartendeko, Magma, Seelensand. Hier, 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 hier. Hier, hier, hier ist wo? Hier geradeaus und dann die zweite von oben. Zwei Enderperlen habe ich mir gebracht. Haben wir irgendwo Wolle? Ich habe hier noch so ein bisschen Weihe Wolle. Da unten. Ich finde, dass ich... Nochen kann ich ja einfach hier in die Kiste tun, ne? Bei Monster Loot. Ja. So. Beie Wolle habe ich auch noch. Jetzt bräuchten wir noch eine neue Kiste für Akazienholz. Eine Etage tiefer stehen ganz viele leere Kisten. Hi. Oh, was habe ich denn hier? Ich habe einen Bogen. Sehr schön. So, damit sind dann die beiden Akazien, die oben an unserem Teich stehen, auch legitim. Wieso hattest du die da einfach irgendwie spawnen lassen, oder was? Die sind da auf einmal gewesen. Ach so, verstehe. Auf einmal aus dem Nichts heraus, nicht wahr? Ja. Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich, natürlich, liebe Platty, natürlich. Haben wir eigentlich verzauberte Bücher in irgendeiner Form mittlerweile? Ja, natürlich. Ganz viele? Beim Zauberraum, über den Regalen. Ich habe das Glowstone mal nach unten verfrachtet. Wo haben wir denn Kohle? Ja. Haben wir eine eigene Kiste für Sandstein? Nein, habe ich bei Sand reingemacht. Weil auf meinem Diamantschwert ist zum Beispiel noch gar nichts drauf. Das ist krass, meinst du es vorhin. Haben wir fast zweieinhalb Stacks? Nein, über zweieinhalb Stacks über grobe Erde. Ne, genau zweieinhalb Stacks. Na, was denn nun? Ja, wer recheln kann, ist klar im Vorteil. Genau zweieinhalb. Ist Schwungkraft was fürs Schwert? Ja, aber... Klingt ja nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, was so der Effekt davon ist. Und Stärke? Stärke ist für den Bogen. Okay. Und Flamme? Flamme ist ebenfalls für den Bogen. Für den Schwert brauchst du Verbrennung. Aha. Plündern. Plünderung auf jeden Fall, genau. Und Schärfe? Auch sehr gut für den Schwert. Bibi, falls du erst gerade guckst, ist Schlagkraft gut? Schreib mal in die Kommis. Ich befürchte, ich kann gar nicht so viel davon nehmen. Verbrennung. Gucken wir mal, was ich... Ja, die vier Sachen halt. Ja, toll. Aber du brauchst ja auch Punkte dafür. Also ich würde drei Sachen nehmen und das vierte mir Reparatur übrig lassen. Wenn noch keine Haltbarkeit drauf ist. Ist noch keine Haltbarkeit drauf. Verbrennung und Schärfe habe ich jetzt drauf. Hört sich doch gut an. Petra, muss deine Schwester mich so erschrecken? Warum? Da stand plötzlich eine Echse. Kommt ihr da gleich rüber? Tja, ich glaube, das hat sich jetzt durchgesetzt. Das ist nicht nett. Soll ich Haltbarkeit drauf machen auf das Schwert? Wenn du nachher noch Reparatur da drauf machen willst, dann nicht. Okay, dann nicht. Effizienz lohnt nicht, ne? Ne, lohnt auf dem Schwert gar nicht. Das ist nur was fürs Werkzeug. Okay. Ich glaube dann, äh... Wo ist das erstmal? Sonja, weißt du, was ich letztens gehört habe? Nein, woher denn? Ich war ja nicht dabei. Mock. Oh. Das höre ich ständig auf Arbeit. Die Sachen gibt's. Wie viele Knochen habt ihr jeder? Oder habt ihr alles schon in die Kiste gepackt? Ich habe alle weggepackt. Verdammt. Ja, ich auch. Wieso? Okay. Weil ich habe jetzt noch 32 Knochen übrig gelassen. Für Hundis, falls irgendjemand Hundis haben will. Alles andere habe ich jetzt zu... Weil es mir jetzt passiert. Das war der Amboss, der ist kaputt. Okay. Hat er das denn noch irgendwie drauf gemacht? Hat er. Daran brauchen wir wohl einen neuen Amboss. Dafür brauche ich auf jeden Fall Blöcke, ne? Ein oder drei Blöcke? Drei Blöcke. Drei Blöcke. Drei Blöcke. Jetzt komm, lege ich das ab hier. Drei Blöcke. Und dann kann ich hier einen Amboss machen. Fertig. Ah, sehr schön. Ich habe ein bisschen was auf meiner Angel... Äh, auf meiner Angel. Auf meinem Schwert jetzt schon mal drauf. Und guck hier. Lalalalalala. Lalalalalala. Tralalala. Ich kann unter Wasser schnell laufen. Über Wasser auch. Schwimm doch mal. Ich kann auch unter Wasser ein bisschen länger bleiben. Wasser, Raffinität. Und Wasserläufer. Und Atmung. Wasser, Raffinität. Also, ist ihr was wir machen wollen? Was denn? Ihr wollen mir mal folgen. Wir wollen dir jetzt folgen. Ja, das habe ich schon vor XYZ vielen Folgen gemacht. Und irgendwie sind wir nie dazu gekommen, zu gucken. Äh, brauchen wir denn wieder Sattel? Nein. Keine Sattel. Ist nicht weit. Dauert auch nie lange. Alles klar, dann warte mal eben ganz kurz.